Beim Kauf eines Hauses ist das Teamwork das Wichtigste. Das ist ein seltenes Haus, wo auch mal eine Polizeistation war. Und im Keller hatte es noch das Gefängnis. Das Haus hat mir schon immer sehr gut gefallen, denn das Haus ist genau so, wie das Kinder im Kindergarten zeichnet. Wir haben auch noch einen Anbau und wir haben jetzt einen neuen 65er-Club gemacht, der ein Treffpunkt für Leute aus der Region sein soll. Wir waren schon mit der BLKB geschäftlich verbunden. Und für uns war klar, dass wir bei der BLKB bleiben. Also über das Risiko des ganzen Projekts sind wir wunderbar informiert und ernst genommen worden. Wir wurden immer gut beraten. Sie konnten mir meine Ängste nehmen. Es war immer sehr fair und persönlich. Das ist etwas sehr zentrales, dass man miteinander ein solches Projekt macht. Und dass man zusammen einen Weg findet. Und dass es zuletzt ein Team ist, das das zusammen geschafft hat. Und dass es das zusammengefasst hat, das sie sehen, ganz einfach. Achtung. Ich bin ich nicht? Ich bin nicht.